mal noch ein Mann wo Gott sagen ich glaube ob es wird die Geltung bei Zulie erhebt das meiner die Städte nur an danke die Kürtel noch irgendwo was interessantes rum wir sind auch ein paar Dinger Schränke nochmal Schränke wo da wir sind noch vier Pistols ich nehme mal die wertvollste raus die haben alle ne fast alle die ist beschissener bescheidener als meine scheiße ich brauche Munition Munition ich habe einen Tipp oben im Gebäude drin sind auch noch ein paar Waffen die nicht schlecht sind fein ich hätte hier eine Media Ampulle halt hier wo ich gerade bin könnt ihr beide gleich stark gebrauchen naja der Bubble holt sie schon wahrscheinlich hier ne ich habe mir gerade einen Code achso gut sind wir rechts lang da wo Feinde sind ist doch meistens da ausweg ach da was macht er mit Scheiße bauen die Mording 110 Schaden macht die Sniper und zweimal Feuer Schaden also die ist gar nicht schlecht muss ich sagen und wenn die keiner will dann nehme ich sie ne mhm mhm hier irgendwo war auch da wieso steht hier nochmal ein Schild mit Safety First hä was wo hier ich glaub als Zwischengegner kommt nochmal ein Toast mit drei Specs anstatt zwei weil er weiß wir haben ihn besiegt etc etc hä halt die mach ich verdammt da da hat er nicht gehabt nämlich ja was würden wir nur unnötig machen hey cool level up gut ich verkrieche ich mal schnell und mach mein Level ab ähm ja 30 Prozent gesundheitsbrust und 20 Prozent der Zeit zum wiederbeleben hohoho wo ich erstmal down heute das durch den knallharten Räuber hier mach ich boah ey was geht denn hier ab Leute wo bist du boah ey ich bin down wie seid's beide down wo bist du Bubble hier im Tor in your face du kleiner Bastard Hilfe ich komm schon welcher Idiot achso das bist du ja vielleicht mal mein Artefakt ausprobieren und es hat geholfen hier irgendwo war eine Waffe die eigentlich gut war ja hier obwohl es nur ist ein SMG ein bisschen Geld scheiße ich bin fast tot ich warte mal kurz bis ich mein Schild auflöte das ist ein Schild auflöte der hat eine nette SMG mit Explosionsschaden äh Soul hier ist noch ein Medi wo ja da danke a halt und A hui leveler ja ich habe schon längst in der lab geil moment ich gebe das mit ihm 3 so ich da unten wenn räuber banditen war was jubel wo bist du abkack gespielt die frage war wo du bist nicht ja hier hast weil hier oben rannten eben gerade ein paar banditen rum er gesagt ein paar psychos er hatte ich mir doch bei mir lecks gerade eben ja bei mir auch weil sie ihn ja ich jetzt so lange auf den rumgeballert bis sein kopf und seine beiden arme abgeflogen sind das war durch meinen ne explosion aber egal nun ja müssen wir ziehen und überhaupt richtig das weiß ich nicht ich glaube wir müssen andersrum ne hier ist ein Pfeil ich schätze mal dass wir den Pfeilen folgen müssen oh den hat den Kopf zerrissen habe ich auch gesehen was du hörst hä? ich lebe die uncut version ja genau ja ihr drecksäcki ihr könnt uncut spielen ja ich habe durch unabsichtliche ereignisse die ankert erwischt dank dem armen ja aber ist auch egal ähm ach da sind ja boah wie viele sind hier denn noch das ist doch schlimm äh warum brennt die wand da hinten hä? äh sniper ja den wollte ich gerade mein killer bandit scheiß na das war meiner sorry jetzt bin ich wieder jetzt bin ich ja gerade mal wieder so voll traurig ok was ist hier waffenkiste ne shotgun und ne 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 das ist scheiße aber die Munition von der shotgun nehme ich mir ah hier geht's drauf äh ja ja oh 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 sorry mein Fehler ja hier ist sowieso noch einkaufen angesagt danke dass sie mich beeindruckt wir können einkaufen ne echt na klar kann ich nicht sehen aber das wusste ich ja nicht konnte ich nicht riechen aber schlecht siehst du dass du gut beantwortet bist guck mal ob die sachen hier loswerden gut jetzt munition erstmal kaufen bin ich gerade dabei ok wer hat mir das Spezialding gekauft gehabt er hat mal der Babbeler von Transversionskanaten ah genau Moment ich glaube ich habe auch so ein ähnliches explosives Smurf ah Kontakt Schockkontakt habe ich hier ja bei mir ist die Transversion zieht den Gegner Schaden ab Leben ab und gibt sie mir was ist das für ein Teil ach Jäger hast du schon dein Überlebenskünstler Klass Mod nö wir haben kein Geld 20.144 kann ich mir auch nicht ganz leisten aber ich könnte es mir eventuell eventuell mit ein bisschen wenn ich noch was verkaufen würde können nichts holen oh den könnte ich mir eigentlich holen ja aber es bringt ja nichts aber er könnte es dir geben theoretisch na ich verkaufe mal ok geht sich trotzdem nicht aus also ich könnte es mir jetzt auch kaufen ich habe nur 2000 wo ist denn mein ganzes Geld denn durchs Spawnen wieder drauf gegangen hm jetzt habe ich irgendetwas verkauft das mir wichtig war ja wahrscheinlich dein Sniper nö meine äh SMG naja egal also Leute ich weiß nicht soll ich hier vorne links oder rechts gehen kaufen wir ein anderes Mal wo bist du ich bin hier vorne ich bin den Gang hier schon mal entlang gegangen hier kann man links oder rechts gehen wo gehen wir lang mach ein ich mach keinen Unterschied ok dann gehen wir rechts lang ich geh links ok wow Moment wow wow what the hä oh hä ist das hier Sledge oder wie jo Sledge PS your guys aren't friends ihr seid keine Freunde wow die Schotter möchte ich haben wo ist der wo ist der homo der steht bei mir der steht in Flammen wow fuck der ist meiner wieso bin ich down keine Ahnung ich bin jetzt auch down toll gemacht wow fuck ey wo sind denn hier welche ach da vorne gasen die Viecher rum scheiße ich bin mhm gespawnt ich nur nicht ok jetzt aber boah scheiße dürfen wir es nochmal ausprobieren hahaha boah was war das jetzt für die scheiße ne dürfen wir es nicht nochmal probieren er hat nur mehr es entfüllt na toi wo grad sagen wo komme ich jetzt hier weiter weil beide Türen wieder geschlossen die Schotter möchte ich auf jeden Fall ich haben ne du mal so zur Info fuck ich bin wieder down weil ich zu nah dran war meiner meiner wo ist denn der äh hier ich hab glaube ich ja ich hab seine Schotter aufgenommen ok gib es mir sie einfach später danach jo wo sind denn die sowas keine ahnung ah hier hier ist einer versteckt danke du wirst du wirst sicher gern was das ist ich sag dir ja die Kammer existiert in dieser Zeit und an diesem Ort was du in Händen hältst ist der Schlüssel zur Kammer somit ein Teil davon hui wir haben einen Teil zum Schlüssel ähm Babbel wo bist du? hm das wusste ich schon längst ich bin hier ja ich könnte meinen Pumpgun haben mhm hier spricht Commander Steve von der Atlas Corporation Crimsonlands B-Companie 3. Star von Brigade ich wurde über Ihren Ankunft auf Pandora und Ihre Suche nach der Kammer informiert und darüber dass Sie ungehend begonnen haben die Einheimischen zu töten dieser Planet untersteht der Atlas Corporation und jedes eridianische Artefakt gehört Atlas der Besitzer einer solchen Artefakt sie vorstrahlen nach sich ich kann mich auf mich am nächsten Land was war denn das? wow wieso wird sol geheilt das sind meine Kanaten boah alter was ist das für eine Pumpgun die hat wohl keine Genauigkeit die schießt aber zweimal und dann ist der Gegner so gut wie down ja ich auch boah leeg ich bin down ich merks und bei mir leckt sie gerade im übelst ja toys bin ich tot und nicht mehr boah jetzt leckt sie bei mir ähm ja muss ich mich auch wieder respawn das ist scheiße ich muss mich nicht respawn ich hoffe jetzt mal nicht dass es so schlimm gewesen ist dass ich jetzt hier runtergesprungen bin naja die fand doch die andere Pumpgun als er verbringt und wo ist denn da Was ist denn das? Keine Ahnung.